823 Aussteller präsentieren sich auf der diesjährigen 8. IZB in Wolfsburg. Unter ihnen auch die VOKO-Gruppe. Wir sprachen mit dem Unternehmen über seine Produktinnovationen und die Strategie für die kommenden Jahre. Wir zeigen zum Beispiel hier Komplettansaugsysteme, wie wir sie heute für eine ganze Reihe von OEM entwickeln und produzieren. Unter anderem für BMW oder auch für den Audi R8. Weiterhin zeigen wir hier eine mehrteilige Aggregatetrennwand aus Kunststoff zur Gewichtsreduzierung. Diese sitzt zwischen dem Motorraum und dem sogenannten Wasserkasten. Für diese Produkte benutzen wir natürlich die modernsten Fertigungstechnologien, wie Laserschweißen, Heißgasschweißen und auch robotergeführte Dichtungsapplikationen. Das Automotive Business wird heute im Wesentlichen durch die Business Units Motortechnik und Polymertechnik getrieben. Dabei haben innovative und marktgerechte Lösungen einen sehr, sehr großen Stellenwert. WOKO wird sich in den nächsten Jahren mit noch größerer Präsenz, mit internationalen Standorten, Produktionsentwicklungsstandorten, zu einem wichtigen Lieferanten der Automobilindustrie entwickeln. Wir sind mit unseren Produkten aus den Bereichen Dichten und Dämpfen, als auch Luftführung, Kapselungen, Ölabscheidung und Aktuatorik dafür sehr gut aufgestellt. Der Volkswagen-Konzern ist einer der wichtigsten Kunden für WOKO. Wir haben zusammen mit VW oder auch einer der Konzernmarken viele neue Produkte als Erstentwickler entwickeln und industrialisieren können. Gerade in der Antriebstechnik, wo ständig neue innovative Lösungen gefordert sind, können wir mit unseren Produkten ständig zu neuen Lösungen beitragen. Wir sind heute bei Volkswagen und den Konzernmarken mit all unseren vorgenannten Produktgruppen direkt oder auch indirekt vertreten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.